Der Kampf 1. am Boden und deutsche Meisterin an beiden. Wir begrüßen Pauline Schäfer für das Team TUS Kippel 2. Der Kampf 1. am Boden und deutsche Meisterin an beiden. Der Kampf 1. am Boden und deutsche Meisterin an beiden. Der Kampf 1. am Boden und deutsche Meisterin an beiden. Der Kampf 1. am Boden und deutsche Meisterin an beiden. Der Kampf 1. am Boden und deutsche Meisterin an beiden.